Was wäre denn auf dem anderen Weg noch gewesen? Wahrscheinlich ein besseres Ende als das hier. Ich habe Aids in Erinnerung. Geh mal, geh mal rüber. Kann ich da nicht rüberspringen? Ach, jawohl. Ach, come on. Quick, help, quick help, quick help. Oh, springe. Ich habe so verkeizt. Chris, did it. Was ist, wenn wir beide nicht drücken? Wie bitte? Was ist, wenn wir beide nicht drücken? Weiß ich nicht. Lass mal machen. Lass mal machen? Also gar nichts drücken. Jetzt doch nicht! Ach so, natürlich sterbe nur ich. Jetzt doch nicht. Ach so, ich dachte. Also wie beim Springen oder was? Ja, ja. Okay. Einfach weiter A drücken. Okay. Wow. Ja. Stimmt also immer nur einer. Das ist gut. Das ist schön. Stimmt also immer nur einer. Ja. Let's go. Let's go. Let's go. Oh. Und jetzt Echsen, Echsen. Uh. Uh. Und weiter rennen. Und springen. Und festhalten. Ich hab mich festgehalten. Ich hab was tolles gedrückt. Ich hab mich festgehalten. Ich hab mich festgehalten. Ich hab mich festgehalten. Ach auf der anderen Seite. Er geht. Er geht. Alles klar. Das ist Porno. Okay. Mach ich auch immer. So. Mal kurz. Bei der Klospülung? Ja klar. Meine Klospülung hat auch so einen Geheimgang. Ja. Warte mal. 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 Lass mal erstmal angucken womit wir es hier zu tun haben. Also ich hör schon Sam Viecher glaub ich. Ja Sam Viecher ist gut. Da fliegt ne Fledermaus oder so. Ja Fledermaus ist das scheiß egal. Kann man die abschießen? Warte hin. Hui. Yo come on. Ja und was hast du davon? Weiß ich nicht. Echts. Lass mal machen. Ich geh erstmal hier hoch. Warte mal. Er geht halt da hoch. Hast du was auf der anderen Seite gesehen du? Ich seh ne lila ne Fresse. Da. Ja ich auch. Oh shit. Ich wollt nicht ballern. Da. Shit ich wollt nicht ballern. Wow. Ähm. Yo. Erstmal looten und leveln? Verstehst du? Some Texturen alter. Frickett Pistolen Munition. Ich bitte dir. Siehst du uns tatsächlich Pistolen Muni? Oder ne Pistole? Ne Pistole nicht. Ich brauch verdammte Dingsbums Muni. Wie heißt das? Maschinengewehr und Gewehr. Nicht nur Maschinengewehr und Gewehr. Ich brauch auch Dings Muni. Äh. Revolver. Danke. Achja stimmt. Ja stimmt. Revolver hast du schon mal gefunden überhaupt? Ja. Einmal. Einmal. Einmal im Spiel. Da ist ne rote Fresse. Also ich weiss nicht. Hier sind viele Maschinenfressen. Hier sind bunte Fressen. Ja. Viele viele bunte Fressen. Was haben wir denn? Ne grüne, ne türkise. Dann haben wir ne lila, ne rote haben wir. Wir haben ganz viele. Ja. Wo bist du? Wir haben viel. Ich bin irgendwo lang gelaufen. Ich guck mich gerade um. Hey hier ist ne Koffer. Ne Aktenkoffer. Oh lol. Granatwerfer. Jo. Willste haben? Ich kann nicht tragen. Ja dann warte mal. Wo bist du? Hol dir den mal. Guckst du wo ich bin? Wie bist du da hingekommen? Oh ich bin runter gelaufen die Treppe. Achso. Ja ok. Dann kommen wir zurück. Warum? Dann kommen wir zurück. Warum? Okay man kann hier dran ziehen. Jeweils. Ah du musst auf die andere Seite Digger. Warte mate. Du musst auf die andere Seite. Kommst du da irgendwie hin? Ja du sollst nicht auf die Seite. Du sollst auf die andere Seite. Danke. Und wo ist die? Da liegt der im Koffer. Da. Ah ok. I see it. Siehst du meinen Laserpointer eigentlich? Ja ich sehe den Laserpointer. Nice. Und rat mal was ich nicht verwenden kann. Aber es ist realistisch. Weil im Echtleben kannst du auch nicht still halten. Also nicht. Ne? Also so komplett still. So zielst du ja ungefähr. Der Laserpointer geht immer so mit. Ja ja. Ist schon ganz cool. Ok. Ich schaue mich mal um. Vielleicht kriege ich ja einen Weg dahin. Bevor ich kacken muss. Bevor ich kacken muss. Ja das ist sehr weiblich. Ich verstehe. Ja ne das Kapitel spielen wir noch zu Ende jetzt. Hä? Das Kapitel spielen wir noch zu Ende jetzt. Ja ja klar. Ja. Let's go. Ich werde sie abschießen. Ah du bist schon da. Lol. Ok. Ok ich hoffe das ist richtig. Auch nicht das wir das in irgendeiner Reihenfolge machen müssen. Bitte nicht. Ja ich glaube nicht. Ok der Kopf ist irgendwie lose. Ah ne er geht rein. Ok. Uh. Oh es ist einiges. One stop. One stop meinst du. Und wenn Treppe geht wo? Zu dem türkisen. Zu dem grünen. Ah ich glaube ich weiß woher. Ja. Komm. Ich folge dir nach. Ich folge dir. Ne warte ich muss doch eher auf eine andere Seite gelangen oder? Nein. Musst du nicht. Komm her du Peckel. Ich folge dir. Du sagst. Ich folge dich. Ja. Und ich folge dich. So cool Idee. Frage ist was haben. Was haben die anderen Fratzen zu sagen. Was zu sagen. Oh. Guck mal. Oh lol nice. Schatz. Jawoll. Jawoll. Ich hab die goldene Nase Juro. Nice. Gut. Komm her. Let's go. Ja ich kann nicht. Boah ich will gar nicht wissen wie viel so ein Ding wiegt ne. Jo. Jetzt ist der Übergang gerade. Da geht es jetzt wieder runter. Oder auch runter. Boah das ist voll komplex ey. Jo. Bestimmt ist es voll gar nicht komplex und es kommt einfach nur einem komplex vor. Wir sind einfach nur Idioten. Haha. Das äh. Kann auch sein. Ja. Allerdings wollte ich das so nicht erwähnen. Wo sind die Packets? Weiß ich nicht. Da drüben ist der Packet. Kann man da nicht runterspringen. Oh lol was hast du gemacht? Wolf. Ja. You are a faggot. Was machst du? Ich sorge für Spaß Junge. Ich sorg's für Fun. Jetzt socken wir eine Runde Moorhuhn. Moorhuhn? Okay ich bin dabei. Aber ich spiel mit Pistole. Tschüss. Lol der kommt mit so ner. Aua. Oh shit. Lol du gibst den ja übel. Du gibst den ja übel mit. Boah was ist das denn Alter? Ich hör die hier von irgendwo. Wo sind denn die? Ach da. Das sind Mathematiker. Ich hab gerade gehört wie die Tabulatur gesagt haben. Haha. Haha. Leute Mathematiker. Das sind die schlimmsten von allen. Ja. Ich glaub das ist so. Ich glaub das ist so. Lol. Wir leben im Jahr 2033 so alle Mathematiker in einer Runde. Wir haben irgendwie irgendwie. Hilfe. Ich werd aufgespießt. Ah. Hahaha. Mama. Das hat weh getan. Ja ich glaub das ist so. Das ist dieses. Wir leben im Jahr 2333 und alle Mathematiker wurden in einer Ruine zusammengeschlossen. Haha. Damit sie ausrechnen können wie und wann sie wieder hier raus kommen. Haha. Denn. Haha. Das macht keinen Sinn Alter. Warum macht das keinen Sinn. Weil warum man. Warum schießt man sie ein wenn sie ausrichten sollen wann sie hier raus kommen. Weiß ich nicht. Um sie zu testen. Achso. Ob sie. Ob sie. Ob sie. Eines. Eines wahren. Kalkulators würdig sind. Achso. Gut. Aber die einzig wahren. Die einzig wahren. Kalkulators sind immer noch wir. Ja. Oh ich hab Gewehrmolition aufgehoben. Not so nice. Bitteschön. Danke. Bitteschön. 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 Ey, daneben uns ist direkt der andere. Ich muss aber ehrlich sagen, jetzt wo man die Waffen verbessert hat, hält es, also es ist echt, also es ist, die Gegner halten nicht zu viel, das aber auch nicht zu wenig. Also es ist eigentlich ganz, ganz solide jetzt. Hier ist nur ein Ding dran, ne? Fuck. Deswegen muss man wahrscheinlich auch runtergehen. Hä, runtergehen? Hä, wo denn? Ja, nach unten wahrscheinlich. Hä, warum nach unten? Oh, ich hab schon wieder das miese Gefühl, man. Was denn? Dass das Ziel so ein Zwischenboss wird. Du hast das Gefühl oder du weißt es? Hey, wachst du. Worauf sieht es denn hier aus? Ja, ich komm so ein bisschen nach, boah, sag mal, kämpfst du gerade? Oh, ich hab hier Spinnis. Stirb. Ja, zwei Pistollenschüsse, okay, das ist doch wirklich ein Teil krass. Na gut, die sind klein und eklig und doof, aber. Brauchst du some help, oder kommst du klar? Bei mir ist nix. Hallo, ach, du bist nur bei mir? Ja. Digga-Deadigant. Nein. Nein, nein, nein. Bam. Also, ich bin hier gerade am Kämpfer, so bei mir. Ey, ey, der kommt zu dir. Hier unten ist übrigens auch Schottsmonet. Wuhu. Okay. Ja, ich spiel mal hier rüber, ne? Ist das so gut, dass du da kommen magst? Ja, sofort. Ich guck gleich, dass ich mich mal dahin begebe. Die Frage ist, wie komm ich dahin? Die Frage ist, wie komm ich dahin? Oh, 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 oh nein. Alles cool bei dir? Nein, das ist nicht cool, du musst dich abschießen. Schnell. Wo? Ich kann mich nicht mehr hören. Wo? Fuck, 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 fuck. I'm on the way. Wie bist du da runtergekommen, verdammt? Le Treppe. Le Treppe? Die Treppe. Le Treppe. Nicht Le Treppe. Le Treppi. Die Treppe, die einzigste, die runterführt, du Spassi. Le Treppe. Oh. Och, komm her, Junge. Drei. Nicht ausweichen. Schönen Nahkampf. Bam. Tschüss. Du lebst ja noch, Alter. V-real? Danke. Ich bin auf dem Weg. Oh, du drehst es doch ganz alleine, sehe ich gerade. Ja. Aber hier unten ist Muni. Sonst will ich den nicht. Ich hoffe, den nicht. Okay. Ist da was? Oh, tatsächlich. Er, collecte deine Muni. Und hau ab. Collecte meine Muni. Ich collecte. Meine Munition. Boah, mir ist voll warm, ne? Huh. Ja, doll. Jetzt bin ich hier unten und du da oben. Ja, da was? Ja, dann geh du oben hin. Geh du mal oben hin. Wieso bin ich oben? Ja, okay. Dann gehe ich oben. Ja, geh oben hin. Ja, okay. Beruhig deinen Arsch, ey. Call me your tips, bruh. Du hast die Tits, nicht ich. Ja, und? Hast du was gesagt? Ja, reduzierst du mich auf mein objektives Aussehen? Nein. Ich bin der Letzte, der sowas machen würde. Achso, ja. Weißt du doch. Ja, ja. Ist doch gut, ey. Ja, hurry, hurry. Ja, ich bin doch schon am Start. Das ist ja voll komplex, Alter. Die Mädels sind übel kompliziert, ey. Damals, ich bin mir vor, die müssen das jedes Mal machen, wenn die nach Hause wollen. Aber jedes Mal, da gibt es keine Klingel, da müssen sie irgend so ein scheiß Rätsel lösen. Jo. Ist halt so, ne? Dann macht man manchmal um 10 Uhr zu Hause. Geil um 6. Aber da muss ich jetzt schon los. Wir haben 12 Uhr. Brauchst sechs Stunden, wirklich scheiße jetzt mit Mama. Wenn es das geht. Ey, lol. Ich bin jetzt, ich wäre jetzt hier, wo wir die Munition hier verloren haben. Was? Achso. Nichts. Ich war da gerade, wo wir die beiden Glitch-Typen abgeschossen haben. Ja. Ach, die Router. Die Glitch-Dudes. So. Wo lang jetzt eigentlich? Warte aus, schätze ich. Was sagt die Map? Was sagt die Map? Könnt ihr auch mal eine Map anmachen, wa? Hab ich so. Die hat aber kein Ziel. Doch, hat sie. Ja, hat sie. Aber wie kommen wir da hin? Was hat sich gerade geöffnet? Ich weiß es nicht. Ey, da ist noch so ein Rotar. Den haben wir noch gar nicht. Ja. Ja, siehst du? Was für Glück, dass ich meine, dass ich so aufmerksam bin. Deine Objektiv-Skills sind krass. Ja, ne? Ich habe eine gute Beobachtungsgabe. Aber da ist Blut dran und du weißt, was das heißt. Ja. Ja, das. Ja, ich weiß. Ich komme jetzt eh nicht drum rum. Ja. Oder heißt es gar nicht? Das wäre jetzt so das Beste, was uns passieren könnte. Das wäre echt nice. Nice! Auf geht's! Oh, lol. Ja, never mind. Hätte ja klappen können. Oh, lol. Nicht das fiege ich schon wieder. Das hatten wir doch erst. Ja, okay. Oh, Mann, ey. Oh, shit! Was ist das denn? Du bist nicht ausgewichtigt. Ich auch nicht. Okay. Ja, ich bin auch nicht. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung. Das war eklig. Hat sich irgendwie angefühlt. Oh, shit! Ich bin Junge! Hast du den Raketen... Du hast den Granatwaffe aufgehoben, ne? Ja, ja. Ja. Ist jeder tot? Ey, der ist, ey, der ist, der liegt am Boden! Hütter ist! Oh, shit! Wow! Alter! Er gibt ihm ja übel mit! Ja, ja, klar. Ist er tot? Beste Waffe! Ist er, er ist tot? Herzförmchen! Süß! Er ist einfach tot! Ja. Geh, geh! Erstmal pippen, das Ding! Erstmal pippen, das Ding! Pass auf, nachher kann man irgendwie so ein... Wow! Da kannst du jemanden, die so so branded und dann spüren, wurde ausgesetzt. Bla, 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 bla! Ausbeziehungsstatus überschreiten. Was für ein Ding? Ja, bei mir hast du mich rausgekickt oder du hast die System beendet. Echt jetzt? Bist du raus? Ja. Fuck off! Muss ich jetzt allein weiterspielen oder was? Ungespeicherte, bla, bla, bla! Geht verloren! Ausbeziehungsstatus, wenn sie nein auswählen. Wenn sie nein auswählen. Achso. Ja. Weichert und beendet. Egal, dann machst du weiter und dann deutle ich das beim nächsten Mal. Wow! Okay, wait a minute. Den Rest schaff ich wohl noch Solo, wa? Aufwürmer. Aufwürmer. Aufwürmer mal. Also hier geht's auf jeden Fall hoch. Cheva? Bist du da? Bist du da? Die ist voll langsam, ey. Boah, ich hoffe jetzt ist das Kapitel Ende, man. Das wäre sonst eh richtig sad. Jo. Bist du. Bist du los? Ja. Schwepp. Bist du deinemapot vun oder den? Ja. Jesus, wenn du dasjammer nehmus. Ä λε. Ja66-кая-k ûh! Ja67- graph arm. Kotenthaus吧. Oh, das ist mir nen 구독? Und wenn es главное ist meinеш habit. wird da fragte Wichertig wirdainei. Ich lass mich yeah. wanting magärisch ist. Ouah! Bis zum nächsten Mal.